Ob Sie nur einen einzigen oder gleich acht verschiedene Schlüssel mit sich herumtragen müssen, ist nicht nur eine Frage des Komforts. Es wirkt sich auch erheblich auf Ihre Zeit aus, die für Sie als technische Leitung ohnehin schon knapp bemessen ist. Wie viel angenehmer wäre es, wenn Sie einen Tag lang über eine digitale Schließanlage und einen elektronischen eClick Schlüssel verfügen? Dieses Video zeigt Ihnen acht Situationen in einem Industrieunternehmen, die Ihnen unser eClick-System erleichtert. Am Werk angekommen, öffnen Sie mit Ihrem eClick-Schlüssel die Haupteingangstür. Das System ist bündig mit der Tür verbaut und optisch kaum von anderen zu unterscheiden. Ihnen steht diese Tür jederzeit offen. Die Energie tragen Sie immer im Schlüssel. Die Zutritte für diese Tür können Sie für alle Mitarbeitenden zeitlich eingrenzen und verlorene Schlüssel schnell ausprogrammieren, um Missbrauch auszuschließen. Ihre erste Anlaufstelle ist morgens immer die Espresso-Maschine. Auf dem Weg dorthin hängen Sie Ihre Jacke samt Wertsachen in Ihrem Büroschrank. Hier wartet auch Ihr Laptop auf Sie, da Sie gestern keine Lust mehr hatten, ihn mit sich zu tragen. Die Berechtigung für Ihren Büroschrank ist nur auf Ihrem eClick-Schlüssel programmiert. Niemand außer Ihnen kann Ihren Schrank öffnen. Der Weg zum ersten Meeting führt Sie durch die Lagerhalle, in der die Gabelstapler auf- und abfahren. Nur autorisierte Personen mit einem Staplerführerschein haben auf Ihrem eClick-Schlüssel eine Berechtigung, mit der Sie die Stapler bedienen können. So minimiert sich das Risiko durch unbefugten Gebrauch. Im Lager treffen Sie auf den neuen Azubi der Produktion. Er ist gerade unterwegs zu den Außencontainern, da er beauftragt wurde, von dort einen Eimer Druckluft zu holen. Der Hof mit den Containern ist den verschiedensten Wetterverhältnissen ausgesetzt. Deshalb wird hier ein robustes, batterieloses Hangschloss eingesetzt, das mit einem eClick-Schlüssel und der entsprechenden Berechtigung geöffnet werden kann. All diese Container können grundsätzlich nur während der Arbeitszeit geöffnet werden. Sie betreten den Aufzug. Mit Ihrem eClick-Schlüssel sind Sie auch zu Sonderfahrten autorisiert. Das ist extrem komfortabel und nur den Führungskräften vorbehalten. Ihre Mitarbeiterin aus der IT-Abteilung will eine neue Serveranschaffung mit Ihnen besprechen. Sie erinnern Sie daran, dass auch der neue Server wieder mit einem eClick-Zylinder gesichert werden soll. So sind das hochwertige Equipment und die sensiblen Daten gegen intelligente Angriffe, Manipulation und Sabotage geschützt. Im Schadensfall können alle Zutritte nachvollzogen werden. Personalangelegenheiten erledigen Sie am liebsten persönlich. Um ganz offen zu sein, liegt das auch daran, dass hier der Espresso einfach besser schmeckt. Die Personalchefin holt mit Ihrem eClick-Schlüssel vertrauliche Dokumente aus Ihrem Aktenschrank. All diese Schränke sind in Ihre eClick-Schließanlage integriert und lassen es bei Bedarf auch zu, dass Öffnungen nachvollzogen werden. Da bereits den ganzen Tag die Sonne scheint, entschließen Sie sich spontan mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. So wie alle Mitarbeitenden haben auch Sie einen eigenen Spind im Umkleideraum. Auch diesen öffnen Sie mit Ihrem eClick-Schlüssel, um Ihre Fahrradkleidung hervorzuholen. Nur einen Augenblick später treten Sie zufrieden ins warme Sonnenlicht, um Ihr Fahrrad aus der Fahrradbox zu holen. Es versteht sich von selbst, dass auch dieser Zugang mit einem eClick-Zylinder gesichert ist. Gute Fahrt und schönen Feierabend!